Schauen wir mal, schießen wir mal hin. Wenn ich jetzt meinen eigenen Tweet hier rauskicke, lösche ich den dann nur aus unserer Liste. Und jetzt ist er weg. Wenn du ein bisschen hinkommst, dann ist er weg. Nur in unserer Datenhaltung. Sandra ist auch letzten Endes diejenige, die entscheidet, was bei mir auf meinem iPad labelt. Wenn du willst, ja. Ich habe aber trotzdem auch verschiedene Möglichkeiten, diese Sachen, also diese Comments, die mir zugeteilt werden, zu verteilen, oder? Wir müssen noch verabreden, dass du mir erst dann einen Film sozusagen auf mein Tab schickst, wenn du sagst, okay, wir haben ihn benannt, wir wissen von wem er kommt, er ist runtergeladen und liegt fort. Das kommt jedes Mal in der Sendung. Bei Ilna habe ich das gesehen. Überall sagen Leute, hey, die tun doch nur so. In Wirklichkeit fährt das die Regie ab. Und jetzt möchte ich nicht, dass das so rüberkommt. Lieber, dass ich hier mal Scheiß baue und man sieht das, dass ich da gerade versage vor der Kamera, als dass die Leute meinen, wir faken das. Ja? Ne, das fährt nicht so kommen. Dass ich Scheiß baue. Ja. Ja. Danke, Leute.